Bis sich... Dings ändert? Schein! Hallo? Ah, hier. Okay. Läuft. Stream-Status... Läuft. Einwandfrei, Leute, YouTube. Also... Das ist doch schon mal was. Sauber. Jetzt gucken wir mal... So... Ja. Hat funktioniert. Oh, und schon zwei Zuschauer. Instant. Wahrscheinlich beide nur wegen deinem Name. Danilo ist da. Danilo, was geht? Ja. Das glaub ich nicht. Das war der Schuss. Danilo ist da. Und... Ich bin bis jetzt dran. Aber, was jetzt noch fehlt... Der gute alte Nightbot. ... Joint Channel. Nightbot ist auch wieder am Start. Gut, und hier? Okay. Auch. Okay. Äh... Let's go. Jetzt gucken wir mal... Teilnehmer... Da, guck. Da stimmt was nicht. Warum? Warum bin ich nicht blau? Das... Hä? Bei mir bist du blau. Hm. Schreib noch mal was. Bei mir bist du nämlich blau. Und beim Moderatoren stehst du auch drin. Sogar als erstes. Ich hab dich damals als erstes zum Moderator gemacht. Jetzt steht's wieder drun. Jetzt geht's. Gut. Also... Ha! Let's go. Bist du bereit? Das wollte ich auch. Loll, guck mal die... Guck mal die Animation, wenn nicht den Skin ender. Siehst du's? Mhm. Bist du bereit? Okay, den müssen wir machen, dann kaufst du hier schlecht. Wenn wir... wenn wir ein B.O. inholen, dann kaufst du was. Kauf ich mir vielleicht was. Dann kaufst du dir vielleicht was. Okay. Nee. Das schick ich echt nicht. Handy wegmachen. Sonst höre ich uns. Das ist voll gruselig. Das ist bis jetzt ein Zuschauer. Hä? Aber auf Playstation zeigt's mir viel an. Vier Zuschauer an. Hä? Warte mal. Ist Nightbot da? Na... Soll' ich hier hin... Oder hier? Lass nach Kreezy, oder? Ja, Nightbot ist da. nach crazy man kennt schaffst du es bis grisys anspringen wir woanders hin und springen geschifft es kommt auf jeden fall jemand mit doch ich geh zum stein aber die fliegen nach nach crazy rein das schon mal gut alles ist gut so lange die gegner nicht da sind wo ich bin ich hatte gerade wieder den bug dass ich keinen fadensreiz habe ich habe eine sniper wo sind die wir können hier noch zum haus bei uns kommt sogar direkt ein fluchtwagen das nice und die die bei crazy gelandet sind waren auch nur du also wenn wir uns nicht komplett um anstellen können wir die vielleicht ich habe zwei minis für dich weil es weil es insgesamt drei events gibt für vier lamas das schwieriger ist oben auf dem dach liegen zwei minis für dich hier sind die mini sind doch die minis hier ja ich kann mich von wenigstens einlaufen wie bist du wie er gleich hinrennt wie er gleich hinrennt wie er gleich hinrennt wie er gleich hinrennt ich versteck guck mal ich versteck mich dahinten und trinkt das eigentlich ich bleib hier ich bleib hier hä lol du bist doch gerade einfach bei mir komplett ganz normal drüber gelaufen ohne dass es ausgelöst hat ja ich weißt schon warum weißt schon warum weißt schon warum nö ha guck mal mit waffe jetzt weißt du was willst du hier irgendwas gib mir mal um danke munition ja das wäre auch nicht schlecht geben wir nach crazy eh hallo ja was ist bei uns ist sogar oh ziemlich nah bei uns Lama versuch die bäume auf 50 zu lassen was für 50 50 leben da ist ne pump auf dem basketball platz links 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 von dir gegner links haa piedor haa piedor haa wild brauchst du nicht hat ich hab nen großen schild und den geb ich dir nicht haa haa hier ne waffe für dich hier nimm den da ist ne waffe willst du die hier oder die hier ne ich hab die hier geh mal in das wohnzimmer oder was ist es rein oh piedor komm mal nach oben hier liegt nochmal was und nochmal lauf mal hier rein lauf mal zu mir rein was sind die anderen zwei hier müssen auf jeden fall eine wehe sein aber ich weiß nicht wo renn mal rum und find die gegner renn mal rum war ein paar kills ich hab null kills hier ja ich auch wird es mal zeit dass du dir ein paar killst wo ist piedor oder nicht ich ja ja du glaubst schön hinter mir damit du die abstaunen kannst komm mit erzählen jetzt geht sie die ganze Zeit rum eigentlich nicht aber was Backstage nein hm ja was shit was was ist wo sind die jetzt man er war das bei uns fett von dir ja natürlich von dem nein ich wollte gar nicht springen wir auch gerade drauf ohne dass sie gesprungen warte guck wenn du es jetzt abbausch wo sind die gegner alter oder wir warten einfach außerhalb vom risiko kommen wir gehen schon wieder zum bus enthüllt ihr dessen lama oh gott die leute töten die damals haben aber das machen wir wie gesagt am besten landlos piero jetzt guck mal ich weiß nicht ob du das schon wusste ist aber guck mal wie hoch ich fliege guck mich mal an jetzt guck mal ich spring hoch vor uns kommt direkt ein tresor runter ich würde sagen den holen wir uns das ist so krank spring mal da drauf bei uns kommt direkt ein lama piero siehst du das ganz da oben da kommen leute ok pass auf 345 ich mir sehen genau die gehen auf den bus aha ich sehe es jetzt schade bei uns hä was kommt bei uns alles runter alter kommen dann da kommen zwei lamas runter ja man 21 21 ja von der entfernung oha ich brauche ein ding damage war bald und gib mir mal uren ne sniper echt ich habe nur eine was kommt hier überhaupt runter alter jetzt beeil dich mal komm schneller runter die haben es eh grad geschafft es gibt nur noch ein van nein aber hier kommt gleich eins bei uns kommt es kommen insgesamt drei stück und zwei davon bei uns nice kann ich das runter schießen ja das kann man runter ballern ja ok das hat es jetzt überhaupt nicht gebracht du kannst jetzt den snipe haben wenn du wirst hier doch wobei das wär tschüss wie lange das dauert das wär schlauer wenn du das lama nimmst weil du brauchst es noch wie lange das dauert alter dann nimm das lama ja wir sie erstmal hier die tommy nimmt nimm doch die munition nimm nur das lama gut sie sieht gut an dir aus da sag ich nicht nein aber wir müssen los ja zumindest ich war ich langsamer bin nimmst du ich musste mich jetzt einmal mit dem jump pad mit dem bounce pad quer durch nein da kommt doch über uns so ein komisches Ding oder nein ich muss weg ah fallschaden ich werde so fallschaden kriegen wenn ich da rausspringen alter ja ja schon aber wenn du aus der zone rausspringen da ist niemand ok wieso schießt du dann alter du machst mir gott angst und es sind noch wie viele andere noch zwei andere pierdo wenn dieses spiel mir jetzt noch eine scar geben würde dann würden wir es easy packen das packen wir auch so easy allein weil ich da bin das gelandet das letzte zone nein hier ist noch mal ein frisor wir müssen zum wenn tschüss was hast du getan alter meine zone du warst denn warum der van ist direkt vor uns hast du das geöffnet warum nimmst du auch ein lama ja man wow wir haben jetzt zwei lamas egal das war eh der win weil allein pierdo die haben kein lama weil wir beide lamas haben ich habe abgeliefert ja man ich weiß was man da machen kann und vor allem wir haben beide den lama tschelig erste runde mhm reicht deine zeit noch für eine runde auf jeden fall bis jetzt haben sie noch nicht geschrieben passt ist das auch niemand da du bist da nein du Danielo ist da mein Bruder achso gg dafür habe ich mir doch Danielo habe ich mir dafür was verdient für erste runde gleich Sieg du hast gesagt du kaufst was wenn wir einen Sieg machen ja dann kaufe ich mir schnell was hehehe nein aber jetzt habe ich schon gekauft und zwar das hier das hier den hattest du doch schon ach weiss hehehe der kommt aber auch geil mit den dunklen Flügeln die dunklen Flügeln die kommen ja überall geil mhm also das project hat jetzt auf jeden fall mal gleich in der ersten runde zum Erfolg geführt ja Hä hier unten steht aktuell und am Stream steht aktuell 5 Zuschauer und wenn ich im Stream bin und auf Teilnehmerklick kommt nur Danielo Gute mal ich mach mal neu mach ich auch ach was dannin spielt oh Nöööööööööööööööööhh spielen so dürfen die das jetzt alles schon fünf zuschauer 1 1 1 like hallo leute was dann jedoch zu kein like da gelassen hier steht jetzt steht aktuell sechs zuschauer und in hier steht nur du aktuell sieben zuschauer nur du place zeigt mir auch an sieben zuschauer ich komme nicht mehr draufklauch das ist gar nicht warum sich ein youtube überhaupt damit auseinandersetzt wie viele zuschauer hat fünf sieben zehn dreißig er macht doch im prinzip das was ihm schlaß macht er mir ist es doch ich glaube nicht so drauf gehen wenn man bereit denn sieht schon nichts schlecht aus ich weiß Das war's für heute. Wohin? Wir können hier landen. Schön beim Busfahrer bedanken. So ist richtig. Und jetzt sag, wenn bei dir Gegner sind. Wieso? Da fliegen ein paar Stück mit. Ich hab keine Probleme mit Gegner. Hat man vorher gesehen. Als wir den Win geholt haben, oder was? Ja, genau. Mit Null Kills Win. So macht man das. Die ganzen YouTuber, die schwitzen alle auf Win mit Null Kills. Erste Runde Instant Win mit Null Kills. Zum einen ist die Frau. Oh. Oh. Hier ist eine lila Kleinstmaschinenpistole, wenn du willst. Fighten die bei dir? Alles gut. Ah, du bist in der anderen Richtung. Gut. Wenn du nicht die Jenseits schießen würdest. Ich schieß nicht. Äh, bei mir ist einer. Okay, hör auf. Nicht schießen. Ich komm. Das ist ein Schild, ja. One shot. Ich mach jetzt Asimov. 2018. Ab ihn. Schön mit Granaten seine Deckung wegholen und dann ... Schön mit Granaten seine Deckung wegholen und dann ... Oh, Kjato. Kannst du auch mal geschafft? Ja, ja, er hat so alles alleine gemacht, ja? Ja, ja, ja. Oh, shit. Ich kann nimm mal den Schild. Warte mal, bleib mal stehen. Da ist ein blaues Jagdgewehr. Hey, da ist ein blaues Jagdgewehr. Ich hab ne blaue Sniper. Ey, bleib mal stehen. Bleib du mal stehen. Bleib mal weg. So funktioniert das oder was? Zack, stimmt doch nicht. Wir hatten die ja noch nicht, ist ja erst die zweite Runde. Wieso, ich habe die schon. Ich weiß. Was? Oh, schuldigung. Bremhals. Ey. Das war ein Medik. Würdest du die nehmen? Ja, ich nehme die. Du stirbst wahrscheinlich je wieder früher. Ja? Okay. Wir warten jetzt einfach. Da, da rennen jemand. Mit Lama. Die haben mich gesehen. Ja, hartgranate. Muss los. Ich hab mich zum Bauen. Ich hab mich zum Bauen. Warte. 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 Wie viele sind das bitte? Ach komm. Wir sind vier Stück. Ja, aber wir spielen halt auch du gegen Squad. Hättest du schon wieder keinen Kill? Doch, ich hatte einen. Den du klaren wolltest. Wir lassen den Schünen. Oh, das war das nicht. Oh. Willst du auch nochmal die Höhe? Oh. Nein. Das war's. Oh. Oh. Das war's. Ich denke gar nicht, können wir noch machen. Nein. zwei likes hier liegt es klar wenn du jetzt im stream guck ich bin ja in der lobby gerade ich hatte wieder für mich hatte wieder kein fadenkreis doch Das sieht ja aber auch immer noch so hinten aus, da hast du es hingegangen. Hm, doch. Loot Lake? Ja, komm mal. Ich geh wieder unten rein. Du gehst nach, nach Tasty? Bist nicht mal gesprungen. Aber die Pyramide bei Loot Lake, das sieht man jetzt gar nicht mehr. Da war hier, da wo ich jetzt bin, wenn du in der Luft warst, sah das so aus wie, so animiert wie eine Pyramide. Aber das sieht man jetzt nicht mehr. Ich hab gestern richtig geile Bilder von der Pyramide gemacht und diese. Ab normal, echt. Also, ich hab zwar noch nichts auf Fernkampf, aber so mein Loot ist noch gar nicht so scheiße. Ich bin im Wasser. Ich lauf nur zur Insel. Schon wieder nichts für einen Fernkampf. Ah, ne Burst, muss ich halt damit leben. Ah, und Stinkgranate sind nicht mehr lila, die sind jetzt blau. Ich hab die gute Waffen. Kommst du? Habe ich da jemand gesehen? Nein, hab ich nicht. Ja, ich soll. Ich hab selber gute Waffen. Die bessere, die kommt von mir. Wer halt die da? Ich hab einen Raketenwerfer. Ja. Ja. So... So viele gute Sachen kommen. Der Typ da... Da war ein... Ah, ne da. Also ein Wände ist schon gelandet. Ich hab mir nur hier... Der Kiste. Weil ich nicht Material... Habe. Oh, ne Tommy. Jetzt hab ich echt guten Loot. Helt dann... Ja. G partir. Ja. Da... Sack. Oh. Ah. Fisch. Worst du? Fisch. Ich bin über dir. Ich weiß. Was ist denn? Hau mit. Die oder? Oder die? Dann nehme ich doch klar, dichs klarer. Denk ich mir doch. Revanche! Du solltest schon treffen. Ich hab schon wieder nicht getroffen. Gute Revanche. Oh, ich hab ne Sniper. Kannst du Verbände oder so mitnehmen? Ja, ich komm noch. Ich hab jetzt erstmal nen Lootjob da. Das ist kein Lootjob. Das ist das Auto. Ja, das war rechts. Ich wollte grad zeigen, hier waren welche. Aber da hab ich gemerkt, dass das so zu dem App gehört. Meine Snipes sind grad irgendwie nicht mehr so am Start. Weiß noch was. Die wollen sich nicht mehr zeigen. hier oben ist noch ein Mini. bei Pleasant Park und hinter uns. Also bei, bei Tomato. Zwei Lamas die grad niemand hat. Ich geh rein. Hier ist ein Mad Kid. Hm? Hier ist ein Mad Kid. Irgendwo noch ne Pump oder? Ja, da ist ne Pump. Hier oben ist ne Mad Kid. Hast du Raketen? Hier. Da sind wir hier draußen. Vorm Fenster. Ja, ich weiß. Ich hab's gehört. Nimm doch die Raketen aus. Alles cool, die sind noch unten. Ja. Und ich hab Raketenwerfer. Ich seh den. Wer will zu uns kommen? Wir wissen, dass wir hier sind. Keiner hat Hit mit APG. Hinter uns, hinter uns. Komm, den kriegst du. Pass auf. Ich hab alles zugemacht. Pass schon. Ich komm nicht rein. Und wenn, dann hören wir es. Ich hab alles zugemacht. Guck mal raus. Alles gut. Die wollen... Nein. Die können wir weg. Nein. Lass uns rein. Oh, du Sackgesicht. Ich hab selbst einen Mod begangen. Autsch. Egal, drücken. Sicher. Der eine hat so einen 180er Headshot gefressen. So, liebe Jungs. Morgen ist weiter. Mh. Ich muss ja auch aufhören. Also, Piero. Fürs erstes Mal. Also, wirklich. Die erste Runde direkt rein. Kann man nix sagen. So wie du es gesagt hast. Ja, so wie du es gesagt hast. Total zufrieden mit deiner neuen Einstellung. Hier. Und ich hab ja auch gehört, du machst es dann auch für jeden, gell, der da unsere Hilfe braucht. Unser Project. Ja. Finde ich gut. Finde ich echt gut. Aber wir hören uns und sehen uns ja morgen wieder. Jo. Also. Bis morgen. Ciao. Ciao.